In letzter Zeit bekomme ich immer mal wieder eine Frage gestellt und zwar kann ich oder sollte ich überhaupt Informatik berufsbegleitend studieren? Und das möchte ich heute mal ein bisschen im Detail erläutern. Ich habe schon sehr viele Videos zum Informatikstudium gemacht. Ihr könnt es an der Uni studieren, an der Hochschule, ihr könnt es dual studieren und es gibt verschiedenste Schwerpunkte. Was ich bisher aber noch nicht gemacht habe, ist das berufsbegleitende Studium genauer zu durchleuchten. Und das möchte ich heute nachholen, weil ich weiß, dass sehr viele genau das machen wollen. Das ist im Grunde genommen nochmal was ganz Eigenes. Berufsbegleitend studiert ihr dann, wenn ihr als ITler oder als Informatiker tätig seid und währenddessen Informatik studiert. Und nicht als Werkstudent, sondern wenn ihr eine fertige Ausbildung habt, zum Beispiel Fachinformatiker für Systemintegration oder Anwendungsentwicklung und als solcher dann schon arbeitet und anschließend, beziehungsweise währenddessen studieren wollt. Das heißt, das unterscheidet sich vom dualen Studium schon drastisch, wenn man so möchte, weil ihr als Informatiker schon ganz normal Vollzeit tätig seid, während beim dualen Studium seid ihr Student hauptsächlich und arbeitet in den vorlesungsfreien Zeiten. Da arbeitet ihr bei dem Unternehmen als Werkstudent. Sprich, eigentlich seid ihr, wenn ihr berufsbegleitend studiert, schon ausgelernt und wollt dann ein Studium on top setzen. So. Und das ist natürlich mit Herausforderungen verbunden, aber auch natürlich eine tolle Sache, weil ihr die Möglichkeit zu etwas habt, was ihr vielleicht gar nicht mehr auf dem Radar habt. Und dazu habe ich jetzt tatsächlich auch das Video hier mit der FHDW gemeinsam erstellt. Die sind auch tatsächlich der Partner heute. Wir haben einen Podcast zusammen aufgenommen, wo ich alle Informationen zu diesem Video und für das berufsbegleitende Studium bei der FHDW bekommen habe von einem Dozenten dort. Dann ist das berufsbegleitende Studium natürlich auch eine Möglichkeit, wie man trotzdem seine Ausbildung sozusagen weiter forcieren kann, man sich breiter aufstellen kann, mehr Kompetenzen erwerben kann und trotzdem die Arbeitserfahrung während dieser Zeit mitnehmen kann. Das ist natürlich der besondere Vorteil sowohl vom dualen als auch vom berufsbegleitenden Studium, dass man diese Arbeitserfahrung während seiner Studienzeit schon sammelt und am Ende seines Studiums eben nicht frisch von der Uni sozusagen kommt und hat null Berufserfahrung, sondern mehrere Jahre üblicherweise schon. Berufserfahrung hat auch einen entsprechenden Marktwert natürlich dann. Der Podcast ist unten verlinkt in der Beschreibung und natürlich die Studiengänge von der FHDW sind auch unten verlinkt. Und falls ihr erstmal einen Überblick haben wollt, dazu ist dieses Video hier da. Also das große Problem ist ja, wenn ihr berufsbegleitend studieren wollt, dass ihr gleichzeitig im Job seid und gleichzeitig studiert. Und wenn ihr aber nur eins davon habt, also sagen wir mal, ihr hört auf zu arbeiten und studiert ganz regulär an einer Uni, dann habt ihr das Problem, dass ihr keine Einnahmen mehr habt und dass euch das natürlich trotzdem volle Zeit kostet. Also 40 Stunden pro Woche komplett weg. Die Einnahmen brechen aber komplett weg und ihr habt eigentlich die Verpflichtung, die ihr davor hattet, immer noch. Das heißt zum Beispiel eben Miete. Ihr müsst Miete bezahlen im Studium und man muss das im Zweifelsfall von seinem Ersparten zahlen, was nicht ganz einfach ist, was teilweise sogar völlig unmöglich ist, gerade wenn man irgendwie Schwierigkeiten hat, was anzulegen. Und auf der anderen Seite, wenn ihr im Job aber bleibt, also als ausgebildeter Informatiker, habt ihr limitierte Karrierechancen. Ganz einfach deswegen, weil viele Stellen ein Studium voraussetzen und da gehe ich dann nachher noch ein bisschen drauf ein, welche Arten von Stellen das sind. Das muss nicht immer gelten. Also ich meine, wenn ihr happy seid, genau da, wo ihr seid, dann ist das auch nicht unbedingt nötig. Wenn ihr aber gewisse Bereiche machen wollt, dann ist das oftmals mit einem Studium verknüpft, was ich natürlich nicht unbedingt gut finde, was aber einfach so ist. Und deswegen habt ihr oftmals nicht die Möglichkeit, beides zu kombinieren, weil beides eine Vollzeittätigkeit ist. Ich brauche 40 Stunden pro Woche zu arbeiten, auch normalerweise 40 Stunden pro Woche. Und daraus hat sich dann das berufsbegleitende Studium entwickelt, wo im Endeffekt das Studium eine Art Weiterbildung ist. Das heißt, ich möchte das hintendran verstehen. Ich will verstehen, wie Dinge funktionieren. Ich will nicht nur die Dinge machen und eventuell habe ich dann dadurch eben neue Möglichkeiten, was Jobs angeht. Gleichzeitig habt ihr aber den Vorteil vom Job, dass ihr ein garantiertes Einkommen habt, weil ihr eben weiterhin im Team arbeiten könnt, in dem ihr vielleicht schon seit Jahren drin seid. Und das ist ziemlich cool, weil sich beides natürlich wunderbar ergänzt. Das einzige Problem, was man dann noch hat, ist eben, es kostet sehr, sehr viel Zeit. Eigentlich beides immer noch eine Vollzeittätigkeit, wie gesagt, zu studieren und im Job zu sein. Und da hat sich eben dann dieses Modell entwickelt, okay, wie können wir das eigentlich vereinen? Und um fair zu sein, mir wurde auch gesagt, dass das durchaus anstrengend ist, wenn man beides irgendwie vereinen muss. Aber das Modell passt sich eben dieser Tatsache an, dass man einfach berufsbegleitend studiert und nicht beides irgendwie vormittags ist, also Vorlesung vormittags und ich soll gleichzeitig vormittags arbeiten. Das würde ja nicht funktionieren. Deswegen mal das Modell der FHDW vorgestellt. Das muss natürlich nicht immer so sein, aber momentan sieht das ungefähr so aus. Ich habe übrigens auch mit Ihnen gesprochen, gerade was die Voraussetzungen angeht und so weiter, ist das ein bisschen spezieller, weil ihr durch diese Ausbildung, die ihr habt, also ihr braucht eine Ausbildung, um berufsbegleitend studieren zu können. Quereinsteiger, das wurde mir gesagt, werden auf Anfrage geprüft. Das heißt, da muss man irgendwie so eine Äquivalenz schaffen, weil das eigentlich sich an Fachinformatiker zum Beispiel richtet, die dann eben noch ein Studium obendrauf setzen wollen. Normalerweise würde man, weil man natürlich mehr Zeit bei der Arbeit verbringt und weniger Zeit beim Studium verbringt, würde man länger brauchen. Vier Jahre würde man brauchen, aber es wird die Ausbildung angerechnet in das Studium und deswegen habt ihr trotzdem nicht ein so langes Studium, nämlich auch eben diese drei Jahre, die man eben Bachelor-Regelstudienzeit auch studieren würde, weil das eben angerechnet werden kann. So, jetzt ist das Ding, ihr habt dann eben natürlich nicht vormittags die Vorlesung, sondern ihr habt diese Vorlesung viermal pro Woche abends. Komplett online, damit ihr nicht mehr in die Uni müsst oder in die Hochschule müsst und damit ihr nicht was anderes noch machen müsst, währenddessen oder irgendwie die Sachen sich überlappen. Das gleicht sich also, wie gesagt, so ein bisschen an. Plus, ihr habt eben zweimal pro Semester, also pro halbes Jahr, habt ihr ein Präsenzwochenende, also Freitag, Samstag, Sonntag, wo man dann auch wirklich vor Ort ist und dann Dinge tut, weil man einfach manche Projekte nur vor Ort machen kann, das ist schon nötig soweit. Und ihr habt zweimal pro Monat Samstagsvorlesung, damit man da eben auch noch ein bisschen Wissen vermitteln kann. Wie gesagt, ist ein Abschluss nötig, also ein informatikbezogener Abschluss, wenn ihr Informatik studieren wollt, ist dann durchaus nötig. Aber wie gesagt, auch die Quereinsteiger werden geprüft. Und wichtig auch an der Stelle noch, es muss nicht unbedingt ein Bachelor sein. Es gibt auch Masterberufsbegleit. Das heißt, falls ihr schon als Bachelor, also eine Bachelorausbildung habt, beziehungsweise einen Abschluss habt, dann könnt ihr trotzdem berufsbegleitend den Master machen. Den gibt es auch bei der FHDW. Die bauen dann eben auf dem Bachelor auf, oder Diplom, geht beides. Und auch hier werden Quereinsteiger auf Anfrage geprüft. Genau, und das funktioniert dann eigentlich relativ ähnlich. So, das ist also so ein bisschen, das Studium gleicht sich eurem Beruf an. Und natürlich ist das trotzdem sehr, sehr viel Arbeit. Man braucht ein gutes Management. Ich habe da sehr, sehr lange mit der FHDW drüber gesprochen. Und ja, das ist auch tatsächlich so. Das wird dann aber auch den Studenten mitgeteilt. Und das klappt auch eigentlich immer ganz gut, haben sie gemeint. Jetzt ist das Ding, warum sollte man eigentlich überhaupt noch studieren wollen, wenn man doch eigentlich schon eine abgeschlossene Ausbildung hat? Und da kommen wir kurz zu den Themenfeldern, für die ein Studium empfohlen wird. Das ist nicht unbedingt immer eindeutig. Wie gesagt, es gibt eine Alternative, zu der komme ich gleich noch. Aber diese Bereiche sind so das, wo viele Firmen, nicht alle, aber viele Firmen sagen, ey, ich will, dass der ein Studium hat. Ich will, dass der zum Beispiel Wirtschaftsinformatik studiert hat oder Data Science oder Cyber Security. Und das ist sehr, sehr häufig, wenn ihr ein Team unter euch habt. Also wenn ihr ein Team führt, dann wird das sehr, sehr häufig von euch erwartet. Gerade sowas wie Projektmanagement, Abteilungsleitung oder auch Beratung oder wie gesagt, auch im Cyber Security Bereich Consultant sein. Das ist meistens oder sehr häufig mit der Tätigkeit verbunden, dass man ein Team unter sich hat, dass man Leute rumkommandiert. und wenn ihr das tut, dann wird sehr, sehr häufig erwartet, dass ihr einen, zumindest einen Bachelor habt, manchmal sogar einen Master habt, weil Gründe, weiß ich nicht genau. Ist bei sehr vielen Firmen so. Die Frage ist natürlich dann trotzdem, ob man das nicht mit einer Ausbildung erreichen kann. Wie gesagt, ich komme da gleich dazu. Das kann man durchaus machen. Aber es ist oftmals einfacher, wenn man direkt ein Studium vorweisen kann. Bei Data Science ist das Ganze aber auch ein Thema, gerade weil ihr dort sehr, sehr viel mit Mathe arbeitet, sehr viel mit Statistik, mit Themen, die fächerübergreifend sind und da dann oftmals erst eingelernt werden müsst. Und ja, dann kommen die eigentlich sehr, sehr häufig mit der Aussage, okay, und das lassen wir jetzt von jemandem machen, der eben studiert hat. Okay, aber schauen wir uns an, was die Alternative ist. Also vielleicht noch ganz kurz. Ihr könnt diese Spezialisierung durchaus bei der FHDW auch machen. Es gibt die Schwerpunkte im Bachelor bei Ihnen, Business Process Management, Cyber Security, wo wir wieder dabei wären, Data Engineering, Data Science und Software Engineering. Und im Master gibt es Cyber Security, Data Science und IT Management, was ziemlich genau diese drei Tätigkeiten hier sind, die ich hier aufgelistet habe. Und das war tatsächlich nicht, weil die das haben, sondern das ist einfach in der Praxis bei mir öfters mal vorgekommen, dass das so das war, wo häufig ein Studium verlangt wurde. Wie gesagt, ich habe ja auch eins, das ist nicht das Problem, aber ja, das ist einfach im Markt irgendwie so etabliert. Und jetzt vielleicht kurz die Alternative vorgestellt, und zwar, wenn ihr das nicht machen wollt, wenn ihr nicht studieren wollt, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, Zertifikate zu machen. Zertifikate, es gibt wahnsinnig viele. Ich habe im Kopf gerade mal eben überschlagen, als ich das schon mal aufgenommen habe, dass ich ungefähr zehn Jahre jede Woche ein Zertifikat vorstellen kann, und ich bin immer noch nicht durch. Nur Cyber Security Zertifikate übrigens. Also das sind so lächerlich viele. Da rauszufiltern, welche gut sind, welche nicht gut sind, ist ein anderes Thema. Aber es gibt natürlich ein paar, die sind relativ gut und haben einen sehr hohen Standard. Ich habe jetzt einfach mal zwei rausgeschrieben, und da seht ihr schon, was ich damit meine. Ihr braucht mehr als ein Zertifikat häufig, damit ihr dieses Level an wahrgenommener Kompetenz habt, dass es für die Firmen reicht, die dann auch ein Studium verlangen. Und ihr braucht dafür auch einiges an Zeit. Der CESSP braucht zwischen drei und zwölf Monate. Der CISM oder CESM braucht zwischen zwei und sechs Monate. Und wie gesagt, danach kann man ja nochmal welche machen. Das heißt, ihr könnt schon durchaus mal zwischen 5.000 und 15.000 Euro rechnen, wenn ihr alles machen wollt, und zwischen ein und zwei Jahre, die ihr dann einfach auch damit beschäftigt seid. Und da ist es dann gar nicht mehr so weit weg von einem Studium, wenn man sich das mal so überlegt. Weil ein Studium geht, wie gesagt, auch drei Jahre. Und klar, habt ihr die Möglichkeit, ist dann am Ende die Frage, was besser zu euch passt. Zwischen Zertifikat und Studium könnte ich eigentlich nochmal ein separates Video machen. Ich glaube, das wäre mal ganz interessant. Da will ich jetzt gar nicht unbedingt so im Detail drauf eingehen. Sprich, was ich euch sagen möchte, ist, ihr habt natürlich die Wahl. Schaut, was euch am besten passt, was zu euch am besten passt. Und hier vielleicht ganz kurz unsere Ratschläge noch zusammengeschrieben. Ihr müsst ein extrem gutes Zeitmanagement haben. Das heißt, ihr müsst Studium, Arbeit und private Zeit mit einer Art Timeboxing voneinander trennen. Ich hatte darüber auch schon ein Video gemacht, weil es eben so oft von euch angefragt wurde und weil ich es auch im Podcast sehr, sehr lange mit ihm von diesem Thema hatte. Eine wichtige Technik an der Stelle ist das Timeboxing. Dass man sagt, ich nehme mir jetzt ganz bewusst für eine bestimmte Sache Zeit, sei es, dass es für die Arbeit ist, sei es, dass es eben fürs Studium ist, oder sei es, dass es für die Freizeit ist, für die Familie, für was auch immer. Und nutzt diese Zeit bewusst für das, was man gerade tut und denkt nicht die ganze Zeit, oh, ich müsste aber eigentlich... Das Zweite ist, ihr müsst euch überlegen, was ihr wollt und das dann machen. Also, wenn ihr nicht die Motivation habt, dann ist so ein Studium einfach, oder generell ein Studium, viel zu viel Zeitinvestment für euch, weil ihr anschließend, also, weil ihr einfach motiviert bleiben müsst während dem Studium, weil es nicht ganz immer ohne ist. und deswegen sollte man sich da definitiv klar sein, was man selber möchte und das dann machen. Da müsst ihr am besten für euch entscheiden, das kann euch niemand abnehmen. Und ihr solltet früh beginnen, gerade wenn ihr Semesterabgaben habt, wenn ihr Projektabgaben habt, was sehr, sehr viele sind bei einem berufsbegleitenden Studium, weil man sich die besser einteilen kann als Prüfungen zum Beispiel, dann müsst ihr natürlich früh beginnen. Das heißt, wie gesagt, Timemanagement auch hier. Ihr müsst am Ende alles gemacht haben, das heißt, ihr könnt auch durchaus am Anfang schon anfangen und dort dann einfach euch schon dransetzen. Und ja, auch die Nutzung von Technologie beziehungsweise KI auch ist im Studium erlaubt und sogar erwünscht. Das habe ich mit ihm auch besprochen. Für mich ist eine KI, sei es hier ChatGPT, was entsprechend bekannt ist oder ähnliche Large Language Models, ein Werkzeug. Was ich versuche, ist den Leuten zu vermitteln, was ist ein sachgerechter Weg, diese Werkzeuge zu verwenden und auf was muss ich auch achten. Mit KI ist es möglich, zum Beispiel schöne Formulierungen von Texten relativ simpel zu erhalten. Wenn ich inhaltlich weiß, was wohin gehört, das dann so aufzuschreiben, dass es gut verständlich ist, ordentlich formuliert, ohne große Fehler und so weiter. Das ist eigentlich heutzutage mit diesen Technologien ein No-Brainer. Wenn ihr das nicht nutzt, werdet ihr einfach nicht so effizient lernen können. Und deswegen ist es auch einfach sinnvoll, da sich einzuarbeiten, da vielleicht auch dann das für sich zu nutzen, weil man damit einfach besser lernen kann. Manchmal von euch wäre vielleicht, wenn ihr die Möglichkeit habt, eure Arbeitszeit währenddessen zu reduzieren, also zum Beispiel 80% zu arbeiten und dann euch trotzdem einen freien Tag zu reservieren, den ihr jede Woche zum Lernen habt. Das ist schon mal ein Game Changer, wenn man plötzlich 8 Stunden mehr Zeit hat für eine Fortbildung, dann kann man das auch viel, viel realistischer schaffen. Und ihr könnt das Studium aufteilen in kleinere Häppchen. Das kann durchaus mehr motivieren, wenn man immer mal wieder so kleine Erfolgserlebnisse hat und nicht irgendwie auf ein Semester hinarbeitet und plötzlich muss man das geschafft haben. Das ist oftmals einfach motivationstechnisch schwierig, weil man dann irgendwie 3 Jahre sich denkt, boah, jetzt noch durchhalten, jetzt noch durchhalten, das klappt nicht gut. Deswegen, es ist extrem wichtig, dass ihr das macht, wenn ihr das wollt. Aber eben nicht nur, weil irgendjemand anders euch sagt, dass das gut ist. Sprich, ich versuche hier so ein bisschen den Rundumschlag zu geben und ihr entscheidet dann für euch, ob das was für euch ist oder nicht. Und damit wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.